Hallo und herzlich willkommen bei MrKono7011. Heute wollen wir mal wieder ein Let's Play machen. Dann schauen wir mal was wir heute schönes machen. Ich müsste glaube ich mal schon mal ein bisschen anfangen hier oben. Ich habe ja hier oben schon mal ein bisschen glatt gemacht gehabt. Für mein Grundstück da oben, für das Haus. Aber ich fange mal mit der Treppe hier unten an. Vielleicht kann ich dann schon mal die Treppe anfangen zu bauen. Ja, das werde ich mal machen heute. Im Augenblick bin ich alleine. Ist etwas Flaute im Augenblick. Nix los. Weiß man gar nicht wo die ganzen Spiele alle auf einmal abgeblieben sind. Online sind sie auch nicht. Der Sommer ist auch vorbei. Daran kann es also nicht mehr liegen im Augenblick am Sommer. Ihr könnt mich ja mal schreiben in die Kommentare, was ihr denn so jetzt im Augenblick macht. Dass gar keiner mehr online ist. Würde mich mal ganz doll interessieren. So, mal gucken. Was war jetzt hier noch. Hier haben wir schon alles mit Stufen. Das können wir schon so lassen. Ja, dann machen wir erstmal das hier noch weg. Wird dichter an der Säte runterkommen. Ja. Kloppen wir mal hier noch mit weg. Da brauche ich die Spitzhacke. Spaten. So. Zack, zack. Jetzt das hier noch weg. Die hier noch weg. So. Das hier noch. So. So. Und können wir es nachher. Hier unten müssen wir noch weg hauen. So. 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 Das ist so viel hier unten noch. Das reicht noch nicht. So. Spitzhacke. Alles wieder einsammeln. Können wir noch gebrauchen wieder. Die Schaufel nochmal nehmen. Zwei. Drei. Vier. Ach, machen wir mal die vier breit. Genau. So. Dann müssen wir erstmal ein bisschen Material holen. Dass wir auch die Stufen da machen können. Dann gehen wir mal schnell zum Haus zurück. Gucken wir mal ins Lager, ob wir da was finden. Erde. Holz. Ah, hier haben wir was. Guckt. Das können wir noch gebrauchen. Zack, zack. Zack. So. Wenn noch was fehlt, können wir ja nochmal wiederholen. Ist ja nicht weit weg. Ist ja gleich um die Ecke. So. Aber irgendwie wird es glaube ich dunkel. Wenn wir schon mal den Anfang müssen machen. Die brauchen wir jetzt nicht. Die können wir wegpacken. So. Hier brauchen wir Stein. Einmal die. Zack, 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 zack. Ach, hier geht es schon los. Hier können wir schon wegstehen. Dann dann nochmal. Quatsch, was mache ich denn jetzt hier? So ein Quatsch. Das ist doch Blödsinn, was ich hier mache. So wird ein Schuh draus. So, ja genau, zack, 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 so nächste Reihe. So sieht das schon mal gut aus. Die Schippe, ja nicht mit der Axt, Schippe bauen wir den Spaten. Stein. Schippe. Auch ab hier müssen wir glaube ich Stufen legen, sonst kommen wir nicht da oben an wo wir hin sollen. Schauen wir mal. Müssen wir das weg machen auf einmal. Aber die Erde nochmal wieder rein. Da hinten in die Erde. So, wenn wir noch ein paar Stufen machen gehen. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht, ob wir noch ein paar Stufen brauchen. So, zack, 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 zack. Mal gucken wir mal, ob die reichen. Aber wir packen uns erstmal schnell ein bisschen hin, damit wir Tageslicht haben. So. Genau. Gucken wir mal nach außen vorsichtig. Nicht, dass uns hier einer überfällt. Man weiß ja nie. Nicht wahr? So sieht das aus. Aber ich glaube wir fangen wir mal von oben an. Ich darf ja hier unten ins ein Fehler enthandeln, wo ich nicht dran gedacht habe. Geht schon los hier. Das wird zu hoch. Ja genau. Ach, wir haben uns schon einen Fehler eingehamelt. Wir haben schon einen Fehler drin. Kann man den ganzen Kram nochmal weg machen. Wo kommen wir denn hier an, wenn wir das... Gucken wir mal schnell mal, wo wir hier ankommen. So. Geflödet. So kommen wir an. So. Dann können wir das hier wieder wegnehmen. Habe ich doch gesagt. dass wir hier uns ja mächtig verhauen, glaube ich. Das wird ja nichts so. Das wird ja mal wieder auffüllen noch. Da habe ich zu viel rausgenommen. So sieht das aus. Wenn man es zu eilig baut alles. Und nicht nachdenkt. Ja. Dann passiert sowas schon mal. So ein Fehler hier. So. Ein bisschen Erde hier hin. Da auch noch. So. Genau. Zack. 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 Da vielleicht noch verhauen dabei. Alle. Aber da haben wir noch ein paar. Äh. So. So. Wie machen wir das denn hier? Wie machen wir das hier? Den nehmen wir glaube ich nochmal weg. Und setzen den hier ran. Genau. So machen wir das. Schöne breite Treppe. So. Wird ein Schuh jetzt drauf sehen. So machen wir das. So. Wer sagt's denn? Haben wir das denn? Haben wir das denn? Hingekriegt. Genau. So. Das machen wir hier noch ein bisschen. So. Fein dann hier. Schöne breite. Schöne breite. Stein. Immer weg damit. Zack. 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 Nein. Da hinten nicht. Den nehmen wir noch wieder raus. Den brauchen wir noch. So. Genau. Ja. Ist ein bisschen langweilig. Wir haben hier zu gucken, wie ich eine Treppe baue. Und den noch verkehrt. ist ja kein Meister vom Himmel gefallen. So. Oder wie seht ihr das? Zack. 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 Blumen weg. Zack. 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 Da müssen wir mal die Erde wegmachen. Die Erde muss hier noch weg, da noch, da auch noch, Erde weg, so, dann haben wir das, hier ist ja der Übergang von dem anderen, obwohl da noch nicht, das ist ja hier erst aber, das ist okay, dann haben wir M&R vollfüllen hier, zack, 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 da auch noch, den da noch, den hier noch, zack, 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 und es wird schon wieder dunkel, es wird schon wieder dunkel, so, jetzt brauchen wir die noch, und verschönern, oben hat's Deko, dann neben mir hauen, so, zack, 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 immer schön lang hier, da nehmen wir wieder, so, genau, zack, das war nicht mehr zack, oh, die Straßendampen gehen an, das ist verkehrt, nein, den nicht dahin, so, gleich haben wir es geschafft, so, gleich haben wir es fertig hier, so, dann haben wir es glaube ich, dann haben wir unsere Treppe fertig hier oben hoch, ja, wenn ich die hier so, glaube ich, so weiter gebaut hätte, hätten wir, glaube ich, so viel Platz verbraucht, wäre das dann nicht aufgegangen, mit dem Platz her, oh, was ist denn da los, kommen meine Kumpels hier schon, komm her, du Bursche, so, einsammeln hier noch mit den Punkten, dann wollen wir mal schnell mal eine Runde schlafen gehen, bevor noch mehr Monster kommen hier, schnell, schnell in die Koje, so, schnell schlafen, Jo, es ist Tag, es ist Tag, oh, guckt mal, die Treppe können wir sogar von hier aus sehen, so, schauen wir uns das nochmal an, und ich bin immer noch alleine, immer noch keiner da, ja, müssen wir noch was machen, hier ist noch Baufusch, so und so, genau, zack, 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 genau, hier kommt mein neues Häuschen drauf, der Blick auf die Stadt, ja, jetzt schön mit Blick auf, auf die Burg hinten, und auf dem Heißluftballon von Cosi, und andere Seite, Blick zum Hafen, ist jetzt noch ein bisschen versperrt, aber wenn wir nachher ein bisschen höher sind hier, dann können wir nachher drüber gucken, Jo, Leute, dann wäre es dann erstmal wieder für heute, Tschüss, sagt euer Bis bald, Tschüss!